Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir! Einen neuen Video innerhalb der Season Manu, meiner Saison für Gaming and more! Gut, Intro geschafft, abgehakt, check! Etwas Cooleres als das Ganze hier jetzt da. Ich war auf der Gamescom, Gamescom echt geile Geschichte heuer gewesen. Viele, viele Hunderttausende Millionen, 30 Milliarden Tausende Menschen. Aber, ja, ein paar coole Games und vor allem ein paar coole Publisher haben doch gefehlt, wie Nintendo und Sony. Das muss wirklich in den nächsten Jahren wieder besser werden. Aber sonst hat es echt Spaß gemacht. Gamescom, for life, it's real, it's a dream. Es ist wirklich cool, müsst ihr euch mal live gönnen. Auch immer wieder zwischen den ganzen Massen an Menschenflash. Ein paar Influencer und Content Creator und Creatorinnen, die ihr live vor Ort sehen könnt, die sogar teilweise Shows haben. War cool. Hab auch selbst ein paar coole Games gezockt. Unter anderem Street Fighter 6 konnte man testen. Kommt erst nächstes Jahr, der Beat'em Up Hit. Ja, keine Ahnung, Park Beyond, das neue One Piece Game. Immer wieder cool, wer den Anime nicht kennt. Ja, so Shooter wie Call of Duty oder Battlefield waren leider nicht vertreten, auch so Penner. Aber gut, Corona hat halt leider einige Schranken vorgewiesen, aufgezogen, wie auch immer. Somit kann man natürlich verstehen, gewisse Publisher wollen ihre Leute nicht herschicken nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz, sonst wo. Könnten sich anstecken, aber okay. Seid dahingestellt und auch die ganzen Auflagen in deren Länder. Vielleicht kommen sie ja nächstes Jahr. Und in dem Sinne werde ich mal wieder bei der Gamescom vorbeischneiden. Ich weiß nicht ob nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Aber es wird wieder der Fall sein. Und ja, es hat Spaß gemacht. Es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und ja, auch für einen Österreicher wie mich war es geil. Im schönen Köln, vom Dom, über die Brücke, in die Messe. Einfach geil-o-matico. Und weil ich natürlich Videospiel-Fan bin. Oho. Heute ein Game. Oh, andere Richtung. Heute ein Game. Ähm, ja. Es hat mich überrascht. Ich habe es kurz bei der Gamescom beim Sega-Stand angezeigt. Eigentlich von den Two Point Studios. Ähm, Grüße raus, Küsse raus an das Studio. Das Spiel habe ich mir übrigens selbst runtergeladen, selbst gekauft. Alles in eigener Energie. Ist kein Sponsoring. Ich möchte euch einfach nur die Kritik zu Two Point Campus abgeben. Ist schon ein bisschen im Internet etwas kursiert mit. Nicht so schlecht, nicht so gut, doch geil, nicht so geil. Aber was kann Two Point Campus wirklich? Ihr könnt hiermit eure eigene Uni gestalten. Vom Boden weg, von den Fliesen weg, über die Fenster hinauf, in das Reich der größten Dozenten, der Robotik bis zum Meisterkoch. Hier könnt ihr alles lernen, alles präsentieren. Hier könnt ihr Hausmeister aufnehmen. Hier könnt ihr einen Hotdog-Stand mitten in einem Unigang implementieren, wie ihr wollt. Das Spiel lässt euch alle Freiheiten. Und wie das aussieht, sehen wir genau jetzt. Hallo Drio-Leute und wir sind schon im Game. Ich habe jetzt die lustige Ingame-Music auf Still gestellt. Einfach nur, nicht nur Copyright gründen, sondern einfach, damit ich euch berichten kann, um was geht es in Two Point Campus. Es geht darum, ihr zieht von 0 einen Unicampus auf. Der erste Campus, da wird euch noch mehr geholfen. Da ist noch einiges schon vorhanden. Ihr müsst auch nicht alles abliefern. Die Studenten sind leichter wohl zu stimmen. Die Dozenten sind klüger. Aber auf den späteren Campus-Gebieten wird das Ganze dann schon etwas schwieriger, etwas tiefgründiger. Und da muss man sagen, haut das Game richtig rein. Da hittet es, da macht es auch Spaß auf den höheren Leveln. Und man muss echt sagen, es ist cool. Um euch hier mal von diesem ganzen Bild hier, ich bin übrigens hier in der Mitte, einen Überblick zu verschaffen. Es ist ein PC-Game. Könnt ihr natürlich über Xbox Live runterladen, mit Xbox-Account, keine Frage. Nichtsdestotrotz aus dem Hause Sega, für Microsoft und dergleichen. Jedoch, es spielt sich mit der Maus. Und somit ist es natürlich auch am PC am besten oder am Gaming-Laptop. Was soll ich euch sagen? Was ihr hier seht, ist, ihr könnt natürlich auch mit der Tastatur herumscrollen, herumfahren. Die Dinge, die ihr hier seht, sind ganz leicht zum Erklären. Das ist der Uni-Campus, auf dem wir uns bewegen. Auf dem wir auf und ab joinen. Das ist einer der vielen Campus, wie ihr ihn selbst erbauen könnt. Ihr seht hier rumlaufen die Studenten. In dem Fall wird hier gekocht. Das ist ein Koch-Campus. Es wird hier herzhafte Küche gelehrt. Oder eine Patisserie gibt es hier. Es gibt ein Forschungslabor, ein Wissenschaftslabor. Es gibt Freizeiträume. Ja, es gibt sogar einen Ramen-Stand mitten in der Uni, wo man Ramen essen kann. Einen Espresso-Coffee-Kiosk. Wie? Ihr wollt ja Wasserspender. Vorlesungsräume. Das bitte sind die Vorlesungsräume. Und das übrigens ist die Superchef-Küche oder die herzhafte Küche. Hier wird zum Beispiel gerade eine Riesenpizza in diesem Riesenofen gebacken. Echt geiler Scheiß. Ihr seht, das Ganze ist natürlich mit etwas Witz aufgebaut. Da werden Rezepte gelehrt. Hier werden Gurken gehackt oder sonstiges Gemüse. Es ist sogar ein Desinfektionsspender. Sogar Corona wird hier bearbeitet in dem Game. Und hier wird heute, nein, ein fetter Burger gekocht. Ja, das Patty ist ein bisschen verbrennt, aber gut. Sonst ist ja der Dozent ganz zufrieden. Die schwarzen Typen, also mit dem schwarzen Shirt, sind die Dozenten mit ihrer Uniform. Nicht die Hautfarbe, aber deren Uniform. Und wie auch hier, oder hier, oder egal, oder da, ist ja ganz egal. Und die bunten und lustigen Charaktere sind ganz einfach Studenten. Ihr könnt sogar einen hier packen und euch mitnehmen. Also durch die Gegend zerren, wenn ihr ihn wohl reinsetzen wollt. Hier unterrichtet gerade ein Dozent. Oh, der Burger, schaut, schaut, der Burger wird immer weiter bearbeitet. Und hier ein paar Studenten in der Vorlesung. Und das Ganze läuft dann einfach so ab. Ihr baut die Räume. Ihr baut die Studiengänge, also ihr entwickelt die Studiengänge, die euch das Spiel halt vorgibt. Ihr müsst sie halt upgraden. Ihr baut Klos, WCs, Sanitäranlagen, Schlafräume wie hier, Schlafsaal 3 mit Saves, mit Tischen, wo die Studenten daheim lernen können. Sie können hier schlafen, sie haben ihre Türen, jeder hat seinen Zugang. Hier hat schon Waschbecken, Duschen, WC-Anlagen. Hier stinkt es anscheinend ein bisschen bei den einen. Ja, wie gesagt, Fressstände, Gartenanlagen, Brunnen, sogar Liebesbänke für Pärchen. Hier haben wir gleich ein männliches Pärchen bei einer Liebestatue. Hier ist alles möglich. Ja, sogar trainieren. Eine Handelbank gibt es auch. Also alles möglich. Und das alles wurde von mir gebaut. So habt ihr alle Freiheiten in Two Point Campus. Und wie das jetzt aussieht oder wie das Ganze klappt und wie baut man sowas. Und vor allem, wie managt man das hier unten. Und zwar das Money, das Geld. Das werde ich euch gleich an einem Campus zeigen, der erst frisch zu bewirtschaften ist meinerseits. Ich habe schon einige frei gespielt. Man kämpft sich von einem Campus in den nächsten. Da kommen übrigens immer wieder Nachrichten von so Mitgliedern am Campus, die spezielle Ideen haben. Wir wollen gerne eine Kostümparty. Wir wollen einen DJ am Campus. Wir brauchen einen neuen Lehrsaal, einen neuen Vorlesungssaal, wie auch immer. Das wird als Nachrichten angegeben. Und hier müsst ihr das Geld managen. Die Zufriedenheit der Studenten. Die ist immer so mittelmäßig, weil die wollen ja alles, die Penner und Pennerinnen. Der akademische Abschluss wird hier als Prozentsatz bestimmt. Und das vor allem ist wichtig, die Campus Stufe. Je mehr Räume, je mehr Sehenswürdigkeiten, je mehr Leute, umso höher der Campus. Und hier rennt natürlich noch ein Kalender. Das heißt, ihr spielt eine Saison, ein Lehrjahr, ein Studiengangsjahr, spielt ihr komplett durch. Halbjährlich, ganzjährlich, ganz wie es im Spiel vorgegeben wird. Da unten rennt auch der Kalender, wie ihr sehen könnt. Wir befinden uns gerade Februar, März. Und da kann man auch Events veranstalten. Man kann Dinge bauen, bis das Unijahr vorbei ist. Und da oben gibt es noch Sonderaufgaben. Mit diesen Aufgaben schaltet ihr Sterne frei. Sobald der Campus drei Sterne besitzt, habt ihr die volle Campus Stufe. Ab dann geht es nur mehr bergaufwärts, finanziell und mit Studentenzahlen. Also drei Sterne müsst ihr auf jeden Fall einmal erreichen, um ein bisschen Ruhe ins Spiel zu bringen. Und für das gibt es Sonderaufgaben. Hier zum Beispiel, wie viele Studenten waren gefordert? 100, ich habe 140. Erfülle 20 persönliche Ziele der Kategorie Chefkoch. Das ist eine Uni speziell für Lebensmittel. Chefkochaufgaben, die mir als Post geliefert worden sind. Und dann die durchschnittliche Note B plus erreichen. Also nicht B, nicht C, sondern ich muss auf B plus kommen. Da fehlt noch ein kleines Stück. Das sich die Noten der Studenten verbessert. Und so weiter und so fort. Und diese Aufgaben sind zu erledigen, um drei Sterne zu erreichen. Und dafür hat man auch das Postfach. Und diesem Postfach geben Studenten oder auch, ja wie soll man sagen, da haben wir Geld bekommen, geben Studenten gewisse Wünsche ab. Der will eine Clown-Kommode um 450 Dollar. Übrigens, dann gibt es noch Kudosh. Kudosh ist eine In-Game-Special-Währung. So K-Münze, mit denen ihr Spezialgegenstände freischalten könnt. Wie ihr zu Kudosh kommt, indem ihr besondere Aufgaben erledigt. Dann gibt es hier eine Jahresbilanz. Sogar Studiengebühren, Mieten, Erfahrungsbonus, Mitarbeitergehälter, die immer am höchsten sind. Und euer Gewinn im Monat. 25.000, rennt, rennt, rennt. Als Mega-Dekan dieser Uni. Und ja, zum Beispiel wollen sie einen Entenstrauch. Oder einen Aufenthaltsraum. Da muss man dann den Aufenthaltsraum verbessern. Die wollen einen Fernseher rein. Und sie haben Bock auf eine Party. Machen wir eine Party, Leute. Sie wollen eine SZ-Party. Event planen. Hier am Kalender einfach so rüberschieben. Machen wir einen April. Event buchen. Kostet mir 8.000 Dollar. Bringt aber 30% Zufriedenheit. Und wir brauchen zufriedene Studenten für bessere Noten. Event buchen. Ja, und so läuft das Ganze. Dann steht unten, was wird gebraucht, was wird nicht gebraucht. Und hier unten, wie kann man bauen. Zum Beispiel hier die Auswahl an, also ein Spielautomat kann ich Ihnen aufs Gelände setzen. Die Auswahl ist wirklich unbegrenzt und wird pro Fortschritt im Game immer mehr. Das ist für Außen. Das ist für die einzelnen Korridore und Räume. Und hier kann man allgemein Räume bauen. Sogar Duschräume, Nachhilfezimmer und daneben die Kosten. Wo es da natürlich abgezogen wird. Welche da natürlich abgezogen werden. Ja, so schaut es aus, Leute. So schaut es aus. Gehen wir mal zum Beispiel außen. Da wollen wir jetzt... Ich mache jetzt nur ein Beispiel. Ich springe dann auf den freien Campus. Wir wollen außen einen Hotdog-Stand. Gleich neben der Handelbank. Natürlich sehr ironisch. Das Fast Food. Perfekt. Wurde gebaut. Jetzt fehlt hier Bleistift-Logo. Ein Mitarbeiter. Auch hier. Plus. Wir können Dozenten einstellen. Hier seht ihr wie viel einer kostet. Zum Beispiel 39.000 brutto. Dann Assistenten. Hausmeister. Immer wichtig, damit kein Schmutz am Campus vorhanden ist. Und... Oh, dann gibt es natürlich wieder Xbox-Punkte. Ist ja ein Microsoft-verbundenes Game. Wir wollen jetzt jemanden, der diesen Hotdog-Stand betreibt. Dafür brauchen wir keinen super Sonderklasse-Assistenten wie Roy Dynamite. Nein, es reicht Melanie Terry. Die kostet nur 17.000. Rekrutierungskosten 1.700. Da haben wir sie so in der Hand. Seht ihr... Ich habe die Melli. Und zack. Und sie geht automatisch an ihren Platz. Sie weiß, sie muss den Hotdog-Stand betreiben. Und nach kurzer Zeit werden Dozenten und Studenten hierher kommen und ein paar Würste fressen. Coole Geschichte. Gefällt mir einfach sehr. Ihr habt hier wirklich Narrenfreiheit. Seht ihr, da unten rennt gerade übrigens die Event-Party. Die Party, die ich gerade geplant habe. Die Studenten-Party mit Tanzfläche und Disco-Light. Da freuen sich die Studenten. Leute, unbegrenzt einfach alles möglich in dem Game. Und so kann man natürlich auch die Räume dann aufrüsten. Ihr klickt ihn an. Denkt euch, hm, was könnte besser werden. Man kann dann nämlich Upgrades machen, indem man einen Hausmeister ausbildet, der eine Mechanik-Ausbildung hat, damit er den Raum verbessert, upgradet. Man kann Dinge hineinbauen, um es upzugraden. Zum Beispiel nehmen wir hier dieses Schülerzimmer. Hat nur die Stufe 2 des Freizeitzimmers oder Lehrerzimmers. Da wollen wir mehr rein. Da wollen wir ein Bild an die Wand klatschen. Minus 300 Dollar. Da machen wir noch einen Kübel hinein. Einen Eimer. Da wollen wir noch eine Couch hinsetzen, eine kleine Sitzgelegenheit. Dann, was wollen wir noch? Eine größere Couch und das Bild, wenn es sich so ausgeht. Nein, Kollision mit einem anderen Objekt. Auch egal. Dann machen wir jetzt eine Lampe hinein. Die geht sich sicher aus. Ja. Und der Raum hat wieder an Prestige gewonnen. Ist schon Stufe 3. So ruckzuck geht's. Indem ich einfach nur eine Sitzgelegenheit, ein Bild und eine Lampe hineingestellt habe. Und die Menschen fühlen sich einfach besser am Campus. Die Zufriedenheit steigt. Und sie ist sogar wegen so einem lustigen Schwachsinn gestiegen. Das ist einfach cool. Ihr könnt euch Vollgas austoben in dem Game. Hier wird gerade Tortenlehre geleert. Hä? Egal. Cool. Einfach cool. Man hat wirklich alle Freiheiten, Leute. Es macht wirklich Spaß. Und ja. Hier ist sogar eine Nepp Gelegenheit. Da können die Studenten pennen, wenn sie wollen. Es ist einfach wirklich gedankenlos. Wirklich alles frei. Sehr innovatives Spiel. Und in dem Sinne hupfen wir jetzt einfach mal auf eine leere Map. Und spielen uns ein bisschen rum. Let's go in einen neuen Campus. So und ihr seht, so wird euch der Campus vorgestellt. Es rennt dann eine geile Zwischensequenz ab. Was möglich ist, wo gebaut werden kann. Die Grünflächen können bitte alle gekauft werden. Wenn ihr das nötige Kleingeld habt, könnt ihr den Campus immer vergrößern. Und das leere Teil unten in der Mitte, das ist unser neuer Bauplatz. Und das daneben kann übrigens alles immer gekauft werden, sobald ihr euren Campus vergrößern wollt. Auch Grundstücke können in dem Spiel erweitert werden. Huh! Was haben wir hier? Ritter-Sport-Wissenschaften. Okay. Wieder ein neuer Studiengang. Pro Campus gibt es auch immer wieder neue Gänge. Vor war zum Beispiel Kochen. Davor war Robotik. Davor war Forschologie. Jetzt, Forschologie ist irgendwas mit Forschung, keine Ahnung. Und Ritter-Sport-Wissenschaften. Wenn ihr nicht an den Snack denkt, an die Schoko, dann ist es hier Sport am Programm. Let's go! So, so sieht es mal aus. Das ist der Campus. Steuere ich übrigens jetzt gerade mit Tastatur. Diese Rundum-Anzeige geht auch mit der Maus. Und mit A, W, S, D, wie bei einem Shooter. Wuuu, 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 könnt ihr mit der Tastatur herumfahren. Lord Bledgert ist hier anscheinend der Campusleiter, unser Hochwürden, Ritterwürden, der Schwarze Ritter, der Lord. Der gibt uns jetzt unten immer die Tipps, was wir tun sollen. Mit diesen Missionen können wir Geld und Studenten ernten. Schauen wir mal. Oh, 412 Kudusch. Sehr gut. Kudusch ist die Spezialwährung. Schon vorher erklärt. Gehen wir mal weiter. Okay, Lord, was willst du von mir? Ja. Okay, okay, okay. Okay. Mhm, 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 mhm. Ja, 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 ja. Ja, gut. Gut, also er steht auf ritterliche Wettkämpfe. Er hätte gerne eine Wissenschaft, die Rittersport lehrt. Rittersport ist auch geiler Scheiß. Hinter meinem Bild übrigens, ich werde mich mal kurz versetzen. Kann man übrigens das neue Campus Jahr starten. Das heißt, wenn ihr hier etwas gebaut habt, könnt ihr hier auf Folgejahr starten gehen. Und genau dann beginnt die Unisaison. Dann kommen die Studenten und rennen euch die Bude ein. Und bis dahin müsst ihr schon mal eine Basis gebaut haben. Habt ihr nichts gebaut, wärt ihr keine zufriedenen Studenten haben. Leichtes System. So. Ja, ranzummen. Mit Pfeiltasten übrigens. Die Grafik ist auch ganz nett. Das ist ein bisschen herzig, ein bisschen putzig gemacht. Auch die Häuser, mein Willi. Na, das ist wirklich cool. Und alles ein bisschen ritterlich. Dieses Gebiet, wo ich gerade unterwegs bin. Erinnert an so eine alte amerikanische oder britische Uni in so Burgmauern und Fortmauern. Könnt cool werden. Schauen wir mal, was geht. Was vor allem verlangt ist von mir. Verlangt ist auf jeden Fall ein Kampfplatz für Ritterspiele, ein Vorlesungssaal und ein Wissenschaftsdozentenraum. Und um das zu bauen, gehen wir einfach hier unten hin. Objekte beziehungsweise bauen. Gut, was wollen sie? Sie wollen einmal einen Kampfplatz. Na gut. Wo kommt der hin? Kommt der draußen hin oder drinnen? Oh, der kommt draußen. Na schaut. Das erste, was ich einmal geklappt habe. Ups, was haben wir denn da? Einen Burgturm? Na bist du geil. So. Das Ganze wird hier draußen dann festgelegt. Die Größenvorgaben stehen übrigens neben mir. So, da, da drüben. 5x5 soll er werden. Und die beiden Dinge, wo dieses braune Sternchen daneben ist, sind Pflicht zu bauen. Also wenn ihr das erledigt habt, der Rest ist dann Fantasie. Aber diese Dinge sind immer eine Grundlage für seinen Raum. So, wir setzen ihn jetzt hierher. Wir machen ihm... Wir wollen ihm ein bisschen Geld sparen, aber wir machen ihm trotzdem ein bisschen größer. Wir machen 6x6. Und hier kommt dann ein Banner dran. Und zwar gleich straßenseitig. Und hier kommt draußen oder drinnen genau so ein Übungsplatz für die Ritterwettkämpfe hinein. Mit einer fetten Fackel. Geiler Scheiß. Und hier noch eine kleine Ritterfigur. Und dann machen wir da drüben noch eine Kampfritterfigur zum Trainieren. Und dann hätten wir mal die Basics, die auch hier vorhanden sind, erledigt. Geiler Scheiß. Haben auch schon 13.000 und ein bisschen was investiert. Bogenschützen können wir auch noch ausbilden. Schaden tut auch nie. Es kommt nämlich immer im Winter ein Heizstrahler draußen. Da setzen wir welche hin. Die roten Flächen, das ist übrigens eine Art Sonaransicht, bedeutet hier wird geheizt. Diese Stellen werden besonders beheizt, können zu sehr stehen oder die Ritter wird ihnen nicht kalt. Bin ich nicht vorbildlich nett. So. Und ein Fass. Was ist das? Das perfekte Versteck. Okay. Na gut. Bauen wir noch ein Fass auch da hin. Und da ein Fass. Und dann Häkchen drücken. Passt. Kampfplatz errichtet, Leute. Und ich habe schon... Na, was habe ich ausgegeben? Was ist ein Wert, wenn ihr draufklickt? Wert ist... Oh, Stufe 3 habe ich sogar erreicht. Würde ich ihm verkaufen. 19.700 ist der Wert, der Platz. Und die wurden hier von meinem Grundkapital bereits abgebucht. Ganz klar. Auch eine Uni kostet Geld. So. Erste Mission erledigt. Ist hier verschwunden von meinem Letter. Und jetzt schauen wir noch weiter. Wir machen noch einen Vorlesungssaal. So. Vorlesungssaal, Vorlesungssaal. Bauen wir. So. So. Na, 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 na. Ja. Er muss mindestens 4x4 werden. Den machen wir auch 4x4. Aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich werde ihn noch ausbauen. So. Das sind übrigens die Tribünen, wie man sitzen kann in seinem Vorlesungssaal. So. Und hier bauen wir noch dazu. Das wird zwar ein riesen Vorlesungsraum. Mit einer Mülltonne im Eck. Müll, bitte. Immer Mülltonnen. Bitte immer bauen. Weil, das Problem, die Studenten schmeißen sonst einfach den Mist auf den Boden. Und das wollt ihr natürlich nicht. Da ist Campusleiter, den Dreck am Boden. Auch ein Handhygienespender Ihnen kann nicht schaden. Ist auch gar nicht so billig, das Teil. Ein paar Lautsprecher, damit die Studenten auch was verstehen, die Penner. So. Oh. 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 Und auch da hinten. Yes. Ich liebe euch. Nein. Ich liebe es wirklich. Ich liebe auch studieren und alles. Ich war selbst einmal auf einer FH bzw. Uni gewesen. Alles cool, Leute. Ich finde es nur so verrückt, was hier die Studenten alles verlangen. Die wollen ja lauter Scheiß in ihre Räume. So viel Luxus bitte, was ich hier baue, gab es in meiner Studienzeit auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Da können sich die kleinen Studenten mit mir wirklich glücklich schätzen. Ich hänge da noch ein Bild rein. Und dann häkeln. Yes. Vorlesungssaal geschafft. Und wir change einmal die Ansicht. Das vorher war die Bauansicht, wenn alles blau wird. So sieht es von oben aus. So fahre ich herum. Und so sieht es dann von unten aus. Seht euch den geilen Scheiß mal an. Ja. Hier habe ich so ein Wissenschaftsposting gegeben. Hier ist die Stereoanlage oder ein bisschen Lautsprecher. Hier sogar ein Teleprompter. Hier eine Leinwand bzw. eine Tafel. Hier liest der Dozent vor. Hier ein Hygienespender. Wirklich alle nahen Freiheiten. Kann auch ein Bild reinhängen. Wird das Ganze noch nett. Und der Raum ist geschafft. Und auch schon recht teuer. Temperatur kann man noch natürlich ein bisschen verbessern. Mit Temperaturkomfort ist gemeint, dass den Studenten nicht zu warm oder nicht zu kalt ist. Und für das sind wir natürlich auch ausgebildet im Bauen von Unis. Wir bauen hier noch eine Heizung hin. Uuuuh. Geil. So. Gut. Da wird einen Fix nicht kalt in einem Burschen. Weil wenn man drauf klickt, kann man dann nämlich sehen, wie warm der blöde Raum wird. Da bin ich schon gespannt. Da bin ich schon gespannt, ob das Ihnen gefallen wird. Und was brauchen wir noch? Einen Raum für Ritter Sportwissenschaften. Hier wird dann trainiert und gelehrt. Hier ist dann natürlich auch wichtig, dass man auch Dozenten einstellt, die dieses Fach unterrichten können. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Jetzt bauen wir noch den Raum. So. Aber das Spiel macht wirklich süchtig. Glaubt es mir, Leute. Wenn ihr mal einen halben Tag hier sitzt, ihr hört es mit den Scheißen nicht auf. Es ist so geil. Es ist wirklich ein geiles Game, ohne da Werbung zu machen. Mir gefällt es total. Ritter Sportwissenschaften Dozent. Ah, dann haben wir den Raum noch gar nicht. Seht ihr, das sind übrigens die ganzen Räume, die ich bauen könnte. Ihr könnt eine Roboterfertigung einfach reinbauen. Nur ist es unnötig, weil es noch nicht gefordert wird. Und dann kostet es nur unnötig Geld. Seid bitte sparsamen Geld. Zu Beginn eines jeden Campus immer nur das tun, was dort drüben steht. Weil mit diesen Aufgaben verdient ihr dann einfach Studenten. Und mit mehr Studenten bekommt ihr mehr Geld. Wie bekommt man mehr Geld? Indem mehr Studiengebühren gezahlt werden. So. Vorlesungsaal haben wir. Und wir brauchen einen Dozent jetzt nur mehr. Dozenten hatten wir hier. Das ist das Logo für Ritter Sportwissenschaften. Aber wir nehmen einen Kombi, weil der kann auch gleich Forschung unterrichten. Den nehmen wir jetzt. Hackerl. Und rein mit ihm. Lass ihn fallen. Hat mir 5100 noch für die Aufnahme genommen. Ja. Und damit das Ganze noch etwas lebhafter wird. Hauen wir dann nachher noch ein paar Hausmeister rein. Ein paar Assistenten. Und das Ganze läuft schon. Und jetzt kommt noch so ein bisschen die Spielerei, bevor wir das Folgejahr starten. Davor sehen wir uns kurz an. Was sind Studiengangspunkte? Wenn ihr eine Aufgabe erfüllt, bekommt ihr diese Studiengangspunkte, mit denen ihr unten den Studiengang heben könnt, indem ihr die einzelnen Wissenschaften, die unterrichtet werden, upgradet. Das heißt, ihr könnt dann mehr bauen. Wir können dann größere Ritterkampfplätze bauen. Wir können schönere Küchen bauen. Das alles funktioniert nur mit Studiengangspunkten und Investitionen in den Studiengang. So. Viele Informationen. Tobt euch einfach aus. Ladet euch das Spiel unter. Ihr werdet sehen. Es macht euch Spaß. Ich baue jetzt noch eine Bibliothek her. Verschwenderischerweise. Aber das muss einfach sein. Die Studenten brauchen auch Bücher. Das ist ja gut gelungen, oder? Das ist ein toller Raum, den du hier fabriziert hast. Danke. Escape. So. Okay. Ah ja, Mindestgröße nicht erreicht. Ist schon klar. Auf ein neues. Man muss natürlich auch die Mindestgröße des Raumes erreichen. Ganz klar. So. Tür. So. Tschuk. 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 Hier sitzt ein Assistent. Der teilt Bücher aus. Hier gibt es Bücherregal für Forschologie, für Gastronomie. Hier können sich Studenten einfach an einem Computer austoben. Ähm. Was haben wir hier noch? Da kostet 4.000. Eine Roboter-Vitrine. Ja, klar. Die werden wir jetzt brauchen auf einem Ritter Campus. Dann können sie hier lernen. Lernplätze für Studenten. Dann hier noch so ein Tischchen zum Lesen. Ein Leseplatz. So. So. Äh. Was haben wir hier noch? Bücherregal. Immer ein Must Have. Ohne jenen gibt es keine Bibliothek. So. So. Gut. Und den ganzen Studienbereich werden wir noch erweitern. So. Häckchen. Sehr fein. Das Ganze noch von oben. Ranzoomen. Zack. Und das Regal setzen wir hierher. Übrigens, zeige ich euch kurz. Ihr seht, wenn ihr das Ding anklickt, das Ganze hat oft einen Rahmen, wenn ihr das Ding versetzt. Ich werde es nochmal berühren. Dieser grüne Rahmen davor heißt, hier müsse Studenten auch stehen können. Das heißt, innerhalb dieses grünen Rahmens habt ihr Kollisionsbereiche, in denen ihr nichts reinbauen könnt. Und hier muss sich der Student auch bewegen können. Gut. Damit das Ganze realistisch wird, ein Fenster. Aber das versetzen wir. Und zwar darüber. Wow. Sterne 3 Bibliothek. So leicht geht es mit diesen paar Dingen. Äh. Ja. Wir sind da noch. Wir hauen noch ein bisschen Geld raus. Und zwar, indem wir noch so ein kleines Regal hier hinsetzen. Auch mit einem Standbereich. Und dann Escape. Und die schöne Bibliothek ist fertig. Coole Sache, ne? Neigen. Und ihr könnt es auch so ansehen. Sieht geil aus. Und auch hier wieder das Logo. Wie vorher schon bei meiner Fresshütte am letzten Campus. Ein Bleistift und ein Block. Es fehlt ein Assistent, der das Ganze betreut. Hier ist natürlich auch gut einer, der sich mit Büchern auskennt. Eh fast alle. Aber da sind noch Attribute wie, er ist lustig drauf, ein Komödiant. Er ist glücklich. Uhuhuhu. Ja, dann nehmen wir den Spasskeks und setzen ihn. Uhuhu. Und da rein. Und er arbeitet jetzt für mich da. Mein Bibliothekar setzt sich gerade hin. Wunderschön. Und dann steigen natürlich auch unten von 0 die Campus Stufe bereits auf 2. 3. So. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Wir haben jetzt schon eine gute halbe Stunde gespielt. Ähm. Ich werde jetzt da noch so ein paar Kleinigkeiten euch noch zeigen. Wie man kann auch Schlafseele bauen für die Studenten. Dass sie halt auch pennen wo können. Ähm. Das Ganze mit einem Kasten. Einem Tischchen. Also einem Schreibtisch, wenn wir sie ganz ehrlich sind. Ein Tischchen ist ja das schon bei weitem nicht mehr. Äh. Sie liegen übrigens am liebsten alleine. Also sie stehen ja auch noch auf Komfort. Auch noch die Spasskekse. Oh, die Bettleiste. Geben wir an die Wand. Ähm. Was hauen wir ihnen noch rein? Ja, hier ein Fenster und zwar straßenseitig. Damit er sich wohlfühlt, der gute Student. So. Na. Platzier es. Platzier es. Äh. Ansicht mies. Jetzt passt's. Man muss hier ein bisschen mit der Tastatur spielen. Ja und dann kann man eben noch so Bullshit reinstellen. Wie einen Mülleimer. Damit er keinen Dreck macht, der kleine Student. Noch eine Desinfektionsanlage. Es gibt dann eben eine Corona. Einen Teppich. Der wie eine Schallplatte aussieht. Ein Poster. Mit I love two points. Um gleich Werbung fürs Studio zu machen. Da noch so eine Pinwall. So. Ah. Nimm's Bett. Ah. Naja. Dort an die Wand. Das ist viel gescheiter. Äh. Ja. Eine Blume. Genau. Pflanzen dürfen nie fehlen. Mit Pflanzen fühlen sie sich wohl. Und natürlich eine Heizung. Sonst wird ihnen ja arschkalt. Und. Das wäre ein Drei-Stern-Zimmer. Bitte Leute. So geil. Hab ich nicht leben können damals. Und deswegen. Weil es so schön ist. Gibt es dann noch eine Sonderfunktion. Die heißt. Zimmer kopieren. Seht ihr es da unten? Zimmer kopieren. Und dieses Zimmer nehme ich jetzt einfach und zack. Und Häkchen. Und noch ein Schlafsaal. Warum? Jeder Student möchte auch wo schlafen. Und dafür benötigt man mehrere Schlafsäle. Gut Häkchen. Ja. Wenn ein Fenster im Weg ist. Wird das automatisch verkauft. Das bedeutet dann Objekte verkaufen. Und schaut. Es gibt hier. Es ist zwar etwas eng gebaut mit der Bibliothek. Aber jetzt haben wir drei Schlafsäle. Eine Bibliothek. Ein Vorlesungsraum. Und draußen noch der Sportplatz. Oder Ritterkampfplatz. Und schon haben wir Studiengangspunkte. Und mit denen werten wir jetzt die Ritterwissenschaften auf. Wie schon vorher erklärt. Wuuu. Und bestätigen. Und das Prestige unseres Campus ist gestiegen. Und bevor wir das Jahr starten. Das mache ich noch mit euch. Bauen wir noch. Ein Badezimmer. Sie müssen ja auch alle kacken. So. Geiler Scheiß. Mit einem Fenster. Wenn sie kacken wird es auch stinken. So. Dann eine Heizung. Ergonomischerweise unter dem Fenster. Nein Spaß. Wichtiger ist eigentlich die Kloser mal. Die sind immer Pflicht in einem Badraum. Raumbad. 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 Was bist du? Raumbad. So. Da sind jetzt zwei Stück drin. Ein Desinfektionsspender. Gleich neben der Tür. So. Wir wollen ein bisschen sparen. An Toiletten wird ja sowieso auch bei jedem Event gespart. Wie bei der Gamescom. Wo man dann tausende Meter laufen muss. So. Zwei Waschbecken. Ein Handtrockner. Und ja. Und ein cooles Poster mit einer Seife drauf. Und das Ganze dann noch abrunden. Da hinten haben wir noch ein bisschen Platz. Schauen wir mal ob sich eine Toilette noch ausgeht. Nein. Wegen der Tür. Wegen der Tür. Es liegt mir im Gespür. Die blöde Tür. Dann machen wir hier einen Mülleimer einfach rein. So. Weil Mist wird auch am Klo zu finden sein. Mülleimer. Und damit es nicht so kalt ist. Eine Toppflanze. Am Klo. So. Gut. Ist ja ein Nobel-WC. Zack. Und da rennen dann die ganzen Studenten aufs WC. Hier rein. Und daneben noch. Was haben wir hier noch? Ein Duschraum. Da rennt übrigens gerade der Dozent vorbei. Den ich vorher aufgenommen habe. Und der rennt gleich aufs Klo. Lustiger Dozent. Sobald einmal was da ist, rennen sie alle Kacken. So. Okay. Und auch hier. Einen Duschraum. Den machen wir hier gleich ran. Und hier. Und hier. Drei Duschen gehen sich sogar aus. Manu, du bist ja unnett. Ich bin ja unnett. So. Herzung. Herzung an die Wand. Und. Finger ins Gewand. So. So. Handtuch. Handtuchhalter. Ja. Und ein Waschi-Becken. Können wir auch noch reinfetzen. So. Wo haben wir es denn? Ja. Und daneben noch eins. Yes. Und noch ein Kübel. Damit wird mir nicht übel. Oder da hinten. Ja. Da. 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 Da geht es nicht aus. Egal. Kübel können sie sich kübeln. Und auch eine Dusche steht drin. Sie können dann schon drei pennen. Sie haben ein WC mit einer Topfpflanze. Und eine Dusche mit zwei Waschbecken. Und einen Handtuchhalter. Und Heizung. Überall Heizung, damit es schön heiß wird. Sie sind halt Warmblüter, unsere Studenten. Und natürlich. Es darf noch nicht fehlen. Das machen wir auch noch Geschwinde. Damit sie sich auch wohl fühlen. Dann gibt es noch ein bisschen was zum Essen. Von Manu. Zack. Ein Getränkespender am Vorlesungssaal. Ein Wasserspender am Vorlesungssaal. Zack. Ein Spieleautomat. Und noch einer zwischen den Wohnungen. Campus gleich gestiegen auf Stufe 8. Mülltonnen. Es wird sehr viel Müll wieder geben, wenn die ganzen daher kraxeln. Die ganzen Studenten. Ein Desinfektionsspender. Und natürlich auch gerne ein paar Sitzgelegenheiten. Hier machen wir so eine coole Cabrio Bank ran. Die bauen wir hier hin. Ein kleiner Aufenthaltsbereich. Für die Studenten. Und da noch eine Sitzbank. Dann leben sie ja wie Könige. Und damit das Ganze verwaltet wird, nehmen wir noch einen Hausmeister auf. Einen spaßigen, der lustig drauf ist. Zack. Der rennt jetzt da unten rum. Zur Sicherheit noch einen Dozenten. Yes. Und dann kann das Ganze schon losgehen. Folgejahr starten. Zur Sicherheit noch da unten Menüleiste. Ein kleiner Schnellspeicherer. Damit wir auch sichern, was wir getan haben. Wenn es Blödsinn wird, kann man den Campus jederzeit neu starten. Und let's go ins Folgejahr. Das ist Two Point Campus, Leute. Und da freut sich schon unser von Beulen und Schrammen. Unser Ritter. Blackguard. Blowguard. Wie man ja heißt. Blowjob. Keine Ahnung. Und ja, der freut sich jetzt, weil wir einen tollen Campus haben. Es gibt Hausmeister. Oh, Goldwürmer. Pfff. Diese Würmer übrigens, die sind Bücherwürmer. Heißt das, die kommen aus der Erde. Und die muss man fangen. Wuhuu. Und für einen Wurm, wenn man fangt, bekommt man ja unten Kudoschpunkte. Und mit Kudoschpunkte könnt ihr Spezialdinge euch kaufen. Und ja, die ersten Studenten schon da. Schauen wir mal, wie das Jahr beginnt. Es ist meistens am Anfang etwas schleppend. Hier machen wir noch daraus eine Liebestatue. Einen Fressstand. Und noch einen Ramen-Stand. Daneben einen Mülleimer. Da brauchen wir jetzt dann wieder zwei so Assistenten, die den Spaß betreiben. Der ist zwar unpünktlich, aber er betreibt ein bisschen was. Oh, der kennt sich sogar mit Medizin aus. Na, scheiß drauf. Kommt da rein. Und unser Geld ist auf 96.000 gesunken, wie ihr sehen könnt. Aber wir brauchen dies natürlich, damit Leute kommen. Nur Unis, die auch schön anzusehen sind. Wo sich etwas tut. Wo es Liebesbänke gibt. Wo es Mülleimer gibt. Wo es sogar eine Handelbank neben der Liebesbank gibt. Und einen Wärmepilz neben dem Kiosk. Und Sitzgelegenheiten auch noch dazu. Nur dort verschlagt es Studenten hin, die dann auch bereit sind, Geld fürs Studieren zu zahlen. Wenn ihr mit einem Objekt nicht zufrieden seid, mit der Maus oben bleiben und einfach versetzen oder auf Entfernen löschen. So sieht es aus. Und da waren dann schon meine ersten Studenten rein, die in Ritterrüstungen anfangen. What the fuck. Aber wie ihr seht, da haben sie drei ein Zimmer bezogen. Das tun sie dann bitte alles von allein. Ihr müsst dann nur mehr zusehen. Euer Dozent, der unterrichtet da alleine. Oh, er hat schon Studenten auch. Und wir haben schon einen Gewinn. Durch mehr Studenten bekommt man Gewinn. 342 für das Monat. Besser als nichts. Ja, und so läuft es dann. Wir können dann das ganze Gebiet hier bebauen. Wir können die Gründe da drüben kaufen. Hier kaufen. Mehr Hausmeister ausbilden. Bücherwürmer fangen, die aus der Erde sprießen. Dies ist Two Point Campus. Und weil es so geil ist, ich kann es euch echt nur empfehlen. Mir macht es wirklich Spaß. Es ist ein guter Zwischendurchkick. Aber bindet auch wirklich lange. Es kann wirklich Suchtfaktor erwecken bei euch. Und ich denke mir, es wird euch gefallen. Two Point Campus ist ein Game, welches Spaß macht. Weil es einmal etwas anders ist. Weil es neu ist. Weil es Aufbaustrategie mit etwas Witz ist. Mit etwas liebevollen Details. Man kann sogar Toiletten bauen. Was will man mehr? Vorlesungen. Urverrückte Studiengänge. Es macht wirklich Spaß. Und für mich, der auch so Kriegsaufbaustrategiespiele wie Command & Conquer geliebt hat. Wie die Age of Empires alle durchzockte. Ist das eine gelungene Abwechslung. Und ich sage euch ehrlich. Wartet nicht. Ladet es euch runter. Xbox Live oder im Microsoft Store. Ich liebe euch. Und daher gebe ich dem Game 9 von 10 Punkten. Schöne 9 von 10 Punkten. Wir wollen ja noch einen Punkt freilassen. Damit die Entwickler Updates bringen. Und ansonsten war es ein tolles Spiel mit euch. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. War ein langes Video. Aber ein geiles Video. Und ich liebe euch. Euer Manu. ZEB Bis zum nächsten Mal.